Hallo zusammen, hier ist wieder heute da und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um zwei Roof-Toys, die wir nur als Hortler erhalten können. Und zwar um die Roof-Fraktion Voldunai, die sich hier in Voldun befindet. Und da braucht ihr zumindest einen, ja, wohlwollenden Roof, dass ihr dementsprechend die Toys kaufen könnt. Wir befinden uns hier schon im Lager beim Händler und zwar im Vulpera-Versteck bei den Koordinaten 56, 49. Und dort haben wir hier die Jena und die verkauft uns zwei Spielzeuge. Einmal die Wüstenflöte, die wir uns jetzt hier einmal kaufen und als zweites das Akundas Feuerstab. Und die wollen wir uns jetzt beide mal angucken. Und zwar lernen wir die jetzt erstmal. Und dann schauen wir erstmal hier Akundas Feuerstab, Baut und Lagerfeuer. Auf und damit können wir dann unsere Vielseitigkeit ein wenig erhöhen. So, jetzt haben wir hier das Lagerfeuer. Oh, da schlägt dann auch der Blitz ein. Und ihr seht, wir kriegen auch den Buff hier mit zwei. Vielseitigkeit mehr und es ist natürlich auch eine Kochstelle. Und man kann es bestimmt ganz nett nutzen, wenn man irgendwie vielleicht hier mit Kollegen da am blauen Feuer sitzt. Macht auf jeden Fall was her. Und das zweite ist die Flöte. Die suchen wir uns jetzt auch mal noch raus. Und zwar Wüstenflöte. Das ist diese hier. Und wenn wir die einsetzen, dann werden wir mit Wüstenmelodie begleitet. Okay, es ist sehr, sehr leise. Also es sind leise Töne. Und irgendwie habe ich jetzt einen Haufen so kleine Gefolgsleute hier an mir. Bezaubert. Aha. Die Kreaturen sind bezaubert. Deswegen laufen sie mir nach. Was haben wir denn hier? Schlangen haben wir hier. Eine Echse. Eine Krabbe. Und ein Priehund. Ja. Also wenn ihr quasi, wie ich glaube Schneewittchen war das mit den Tieren. Wenn ihr so wie Schneewittchen sein wollt, holt euch die Wüstenflöte. Dann könnt ihr quasi in die Wüsten Schneewittchen sein. Ja. Das war es mit dem kleinen Toyguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen helfen. Vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss auf die Ruffraktion eingehen. Ruf für die Voldunai kriegt ihr am besten, indem ihr hier einmal durchquestet. Auch die Sidequests am besten macht. Dann, wenn ihr 120 seid, die Worldquests angeht. Und vor allem macht immer, wenn ihr es effizient machen wollt, die Worldquests dann, wenn dementsprechend so eine Voldunai Emissary Back, also Abgesandtenkiste ist. Denn die bringt euch 1500 Ruf. Und ja. Ich habe zum Beispiel meinen Ruf auf ehrfürchtig gebastelt. Damit, dass ich immer nur diese Kiste gemacht habe. Weil die Quests an sich bringen eine 75. Aber da kriegt ihr dann nochmal 1500. Und das ist schon relativ viel. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Genau. Das war es mit dem Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.